Ah, ich liebe es! Nom 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 nom! Die Schätze will ich auch noch und ich hätte... ...einfach... ...da stehen bleiben können. Aber egal! Es ist völlig egal! Wir gehen jetzt auf dieses tolle Schiff und erst nach oben. Wo nichts ist. Gut. Statue! So, und du bist jetzt erstmal des Todes. Und wir gehen weiter. Na, sieh dir das mal an! Ja, was denn? Ah! Oh! Oh! Stirb! So. Man darf mir keine Ballerspiele geben, übrigens. Hm. Den können wir schön aus der Entfernung vernichten. Da sind wir zumindest etwas sicher. Ja. Und der Schatz fällt runter. Na, danke. Könnte ich erst hier lang? Nein. Sonst noch was? Nö. Oh, danke. Danke, dass ich da nicht durchpasse! Dann wollen wir mal. Eins, zwei, drei, vier. Und siehe da! Die ewige Wasserquelle. Gip her, gip her, gip her! Meins, 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 meins! Hehe. Oh. Hoppla. So sieht es also in einem Fisch aus. Chaos! Hallo. Hallo. Ich bin dumm im Skylander und Ions Portalmeister-Lehrling. Ha! Und du suchst nach der ewigen Wasserquelle? Ja. Falsch! Nach meiner ewigen Wasserquelle? Du kommst zu spät! Ich bin Chaos! Der Imperator der Skylands und ein richtiger Portalmeister. Und du kommst hier nie lebendig heraus. Doch. Wirst schon sehen. Oh oh. Oh! Ein Bosskampf! Oh, der ist ja... Ist der süß! Ah! Ist der niedlich! Der ist so niedlich! Ich dreh durch! Es ist so flauschig! Ah! Und er ist schnell! Ohohoho! Ui! Na! 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 Ich krieg dich! Ich krieg dich! Siehst du? Mann, war das ein harter Bosskampf. Scherben besiegt! Macht nichts! Das war erst der Anfang! Ja, das will ich doch hoffen! Das glückliche Eifischschmecken der Verderbenteile! Uuuh! Was zu essen ist gut! Stylische Musik ist stylisch! Ah! Ja, ja, komm schon! Kannst du an den Rand zu gehen, ist vielleicht keine so gute Idee! Ah! Ah Mist! Na! Okay! Du scheinst ein Glückspitz zu sein! Das war können! Können! Deine Glückssträde ist vorbei. Jetzt musst du dich meiner bösen Amphibien daumen stellen. Okay. Zeig mal her. Verschluck dich nicht. Hey, das bin ich. Das bin ja ich. Der hat ja so ein Dreierding. Cool, will ich auch. Oh, ich hab nicht mehr viel Energie. Okay. Ah, geschafft. Eine Brezel. Du hast meinen bösen Amphibien gelungen besiegt. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Oh, sitze ich hier jetzt eine halbe Stunde oder was? Ich wirke das noch tödliche Reifischbettel der Verderbensreie. Oh, oh. Ich will erst die Brezel. Gib mir die Brezel, verdammt. Autsch. Ja. Das war's dann mit der Brezel. Und da wir hier im Wasser sind, brauchen wir dann wohl eventuell Spyro, weil der über Wasser fliegen kann. Yeah. Ja. Richtig. Und das dürfen wir jetzt nicht verkacken. Wah. Wah. Matrix. Wah. Wah. Oh mein Gott. Wah. Ja, Mist. Ah. Wah. Ah. 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 Oh mein Gott. Wirklich? Du hast deinen besten Wasserzauber überlebt. Ja. Du hast einen mittelmäßigen Wasserzauber überlebt, den ich noch in die Welt hatte. Und der Blöde. Ich bin kaum beeindruckt. Und dein blöses Ice-Yet-Team auch nicht. Was kommt denn hier noch? Verarschen? Ja. Feuer gegen Eis. Was gewinnt wohl? Spaten. Oh, he, he. Eine Brezel. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Getroffen. Ja, ho, 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 ho. Ha. Daneben. Ah, die Musik ist episch. Oh, ho, ho, ho. Ja, ja, ja. Gleich bist du down. Gleich bist du down. Gleich bist du down. Gleich bist du down. Autsch. Penner! Käse! Was kommt jetzt? Du bist einfach ein bisschen gut im Kopf gegen meine Wasserstärken. Im Zweikopf. Oh oh. Mal gucken. Und das am besten noch im Haifischbecken oder was? Der Käse ist weg. Aua. 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 Ich krieg aus. Oh wie viel Energie da jetzt wegging. Aua. Ich. Aua. Au. Penner! Muss ausweichen. Aua. Verdammt. Muss mich konzentrieren. Das wäre wohl wichtiger. Okay. Einer ist gleich down. Oh zwei sind gleich down. Das ist schön. Okay. Einen haben wir schon mal. Oh das gibt eine Brezel. Oh oh. Äh. Gib mir die Brezel. Danke. Ihr seid doch wahnsinnig. Okay. Der nächste kaputt. Mein Gott. Das wird ja langsam anspruchsvoll hier. Und da war der dritte kaputt. Und ich lande mitten am Hai. Meine Scharke. Meine wunderbaren Scharke. Na gut. Dann nimm sie meine ewige Massequille. Danke. Danke. Nur wenn du meinst. Ich wollte mir erstmal eine Melone schnappen. Ich darf aber nicht. Ja doch. Ah. Dankeschön. Her damit. Die ewige Wasserquelle. Jetzt haben wir die Luftquelle und die Wasserquelle. Das ist sehr schön. Wunder, wunderschön. Oh. Alle Gebiete haben wir ja nicht gefunden. Das war irgendwie klar. Den Hut haben wir nicht gefunden. Den Schatz haben wir nicht gefunden. Die Schatzkisten nicht. Aber wir haben eine Trophäe verdient. Reines Wasser. Schlecht abgeschnittenes Kapitel. Aber das war doch ganz okay. Aha. Guck mal wie das Ladebildschirm. Ja. Der Ladebildschirm da aussieht. Es verändert sich was. Du hast die ewige Wasserquelle hergebracht. Exzellent junger Portalmeister. Du willst das Wasser zum Lichtkern zurückkehren. Äpisch. Äpisch. Äpik. Ja. Oh, wie schön. Na, wunderschön. Oh, nom, 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 nom. Wie schön. Ha, 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 ha. Ähm, Meister. Ist alles okay? Natürlich ist alles okay. Wieso sollte nicht alles okay sein? Na ja, ich dachte, weil die Skylander die ewige Wasserquelle haben. Ha, hörst du mich? Ich sagte, ha, diese Idioten denken, sie gewinnen. Aber das tun sie nicht! Weißt du, wieso? Wieso? Weil sich die Finsternis ausbreitet, Glamshanks! Ihre schwachen Versuche, I.O.s Maschine wiederherzustellen, spielen keine Rolle! Ich gewinne trotzdem! Hm. Amniamniamniam! Warte ein, Trottel! Alles okay. Hilf mir! So kann's laufen. Ausgezeichnet! Die ewige Wasserquelle ist wieder Teil des Lichtkerns. Aber die Finsternis wird sich weiter ausbreiten, bis wir alle ewigen Quellen haben. Wie viele brauchen wir denn noch? Also das kam unerwartet. Hm, ich muss noch recherchieren, wohin du als nächstes gehen musst. Aber sieh dir in der Zwischenzeit doch mal den Strand da unten an. Gerne! Ich höre schon seit einer Weile komische Geräusche von dort. Das werden wir untersuchen, nachdem wir für Gurgel... Naja, nicht Gurgel, Finn, für... Ach, ihr steht schon wieder woanders. Nachdem wir für Gilgrunt seine Fähigkeiten verbessert haben. Da habt ihr wieder einige Schätze gesammelt, der Gute. Wo steht er denn? Hier. Schwimme und gewinne! Schwimme und gewinne! So. Hier, 1400 hat er schon wieder. Da können wir doch glatt mal... Ah, ein Wasserjetpack. Drücke Kreis zum Fliegen, bis dein Wasserjetpack aufgebraucht ist. Hm. Hm. Harpunenrepet... Repetierkanone. Harpunen laden schneller nach. Das finde ich auch sehr schön. Gibt's dann auch was, wo er dann 20 Mal schneller laufen kann? Das wäre auch schön. Nicht? Okay, 500 haben wir noch, aber ich denke, davon können wir... Nee, da können wir nichts mehr reißen. Also, ach, ist das schön. Dann gehen wir mal runter... Oh, der läuft mir zu langsam. Ich will Sonic Boom. Obwohl, Quatsch, ich will doch Spyro, weil wir müssen ja auch irgendwie übers Wasser. Mit seinem Tiki-Hut. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Warte mal. Da oben stach mir doch gerade was ins Auge.